Bewundernswert, das darf ich sagen, denn ich habe schon frühzeitig großartige Erfolge im Dressur-Sattel gefeiert. Und dann hat er aber gesagt, Mensch, Dressurreiten ist schön, Springreiten auch. Und dann hat er auch seine Begabung eben auch für das Springreiten gefunden, hat das perfektioniert. Und jetzt sagt er sich, Dressurreiten ist auch schön, macht beides und beides höchst erfolgreich. Sönke Rotenberger jetzt hier unterwegs mit Liza Minnelli. Sönke Rotenberger Schade mit kurzen Linien leider dann eben mit diesem einen Abwurf, vier Strafpunkte und dann werden es dann auch 82,99 Sekunden. Die Runde